Herzlich Willkommen zum Projekt Alterungsforschung Hands-On. Bei diesem Projekt möchten meine Mitarbeiterinnen und ich euch einen Einblick in unsere alltäglichen Daten im Labor geben. Wir möchten euch zeigen, wie wir Zellen kultivieren, wie wir mikroskopieren, aber auch wie wir Farbenwürmer verwenden, um neue Wirkstoffe auszutesten. Mein Name ist Corinna Madreiter-Sokolowski und ich bin Professorin hier an der Medizinischen Universität Graz und leite ein Forschungsteam von ca. 13 Leuten. Gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen untersuche ich die Funktion der Mitochondrien im Alterungsprozess. Die Mitochondrien sind ganz spezielle Organellen, die sind nämlich dafür zuständig, dass sie Energie bereitstellen für unsere Zellen. Deswegen sind sie auch so wichtig fürs Altern. Und wir können sie auch gezielt modulieren, damit wir gesund altern. Und im Rahmen von Alterungsforschung Hands-On möchten wir euch einen kleinen Einblick geben.